Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was glaubt ihr, was wir wollen? Wenn sie ihn hier und jetzt hinrichten lassen, dann sind sie nicht besser als all die Halsabschneider, um die wir uns eigentlich kümmern sollten und die sie vor Gott rechtfertigen müssen. Könnt ihr euch mit dieser Tat vor Gott verantworten? Wer bereit ist, mitzutun, erhebe die Hand! Ja! Das Teufel ist aber schuld! Kampf für euer Leben! 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 m Suzamś realities, hier vor allem! Kampf für euer Leben! Erfolg! Du hast lange gebraucht, hierher zu kommen. Ich sollte auch gar nicht hier sein. Wir sollten alle nicht hier sein. Wir sollten alle nicht hier sein.